Ich wär so gern dabei gewesen, doch ich hab viel zu viel zu tun. Lass uns später weiterreden. Da draußen brauchen sie mich jetzt, die Situation wird unterschätzt. Und vielleicht hängt unser Leben davon ab. Ich weiß, es ist dir ernst, du kannst mich hier grad nicht entbehren. Nur keine Angst, ich bleib nicht allzu lange fair. Muss nur noch kurz die Welt hätten. Danach flieg ich zu dir. Noch 148 Mails checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert, denn es passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt retten. Und gleich danach bin ich wieder bei dir. Irgendwie bin ich spät dran, fang schon mal mit dem Essen an. Ich stoß dann später dazu. Du fragst wieso, weshalb, warum. Ich sag, wer sowas fragt, ist dumm. Denn du scheinst wohl nicht zu wissen, was ich tue. Ganz besondere Mission. Ganz besondere Mission. Lass mich dich mit Details verschonen. Aber ganz besondere Mission. Ich geh mit den ersten Händen. Ich schenke mich mit den ersten Händen. Und ich schenke mich mit den ersten Händen. Ich bin mal mit unseren Händen. Ich bin mal mit unseren Händen. Ich bin mal mit unseren Händen. Die Zeit, glaub mir, davon zu warten, wäre eine Schande für die ganze Weltbevölkerung. Ich muss jetzt los, sonst gibt's die große Katastrophe. Man merkt schon nicht, dass wir in Not sind. Ich muss jetzt echt die Welt retten. Da flieg ich zu dir. Noch 148 Mails checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert, denn es passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt retten. Danach flieg ich zu dir. Noch 148 713 Mails checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert, denn es passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt retten. Und gleich danach bin ich wieder bei dir.